Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Spielvorstellung hier bei Hunter & Cron. Heute mit Dominion, dem Basisspiel von Dominion. Spiel des Jahres, 2009 ist es geworden. Und ja, obwohl es erst von 2009 ist, also gar nicht so lange her, würde ich sagen, ist Dominion auf jeden Fall als moderner Klassiker zu bezeichnen. Als ja die Mutter der modernen Deckbauspiele, könnte man sagen, als eine ganze Flut an Nachahmern losgetreten hat. Spiele, die ja sehr, sehr viele Spiele, die im Fahrtwasser von Dominion entstanden sind und diese moderne Art des Deckbauspiels dann aufgegriffen und in anderen Themen und natürlich auch in Variationen und anderen Regeln verwendet haben. Dominion ist ein Spiel von Donald X Vaccarino für zwei bis vier Spieler, dauert ungefähr 30 Minuten und wird hier ab 13 Jahren empfohlen. Ja und ich stelle euch heute eben das Dominion Basisspiel vor, hier jetzt in der Version von Rio Grande Games, in Deutschland im Vertrieb vom Altenburger Spieleverlag. Dominion war früher mal beim Hans im Glück Verlag, da gibt es noch Versionen eben mit einer anderen Covergestaltung. Die sind nicht mehr im Handel erhältlich, also wer da seine Sammlung vervollständigen will, der muss bei Ebay schauen. Eine gute Nachricht ist aber, wem da jetzt noch was fehlt und der irgendwie die Sammlung auch so vervollständigen will, die Kartenrückseiten von beiden Editionen sind kompatibel. Also sowohl hier in der Rio Grande Games, in den Rio Grande Games Edition wie auch in der Hans im Glück Edition sind die Karten identisch mit den gleichen Kartenrückseiten. Man kann also die Editionen der beiden Verlage miteinander mischen und kombinieren. Wie eingangs erwähnt, Dominion ist ein Deckbauspiel. Was bedeutet das jetzt genau? Das bedeutet, die Spieler starten mit einem identischen Kartensatz. Jeder bekommt hier sieben Kupfer und drei Anwesen. Das ist sozusagen das Startdeck, besteht aus zehn Karten und im Verlauf des Spiels wird man sich jetzt weitere Karten kaufen. Tolle Aktionskarten, die einem bestimmte Spielvorteile verschaffen oder wertvolle Geldkarten, mit denen man an noch wertvollere Aktionskarten rankommt. Oder eben auch Punktekarten sich kauft. Um die geht es nämlich letztlich, weil sobald das Spiel vorbei ist, gewinnt derjenige, der die größte Anzahl an Siegpunkten in seinem Deck hat. Das ist ein weiterer besonderer Aspekt hier bei Dominion, dass nämlich die Siegpunkte, die existieren wie alles andere hier auch in Kartenform. Das bedeutet, sowohl das Geld, das ich kaufe, wird meinem Deck hinzugefügt, wie auch Aktionskarten, die ich kaufe, werden meinem Deck hinzugefügt. Und natürlich auch die Siegpunktekarten, die ich kaufe, werden meinem Deck hinzugefügt. Wenn ich jetzt also anfange, zu früh Siegpunktkarten zu kaufen, die leider eben nichts anderes können, als mir Siegpunkte bei Spielende zu verabreichen, dann wird mein Deck plötzlich wieder langsam. Ich muss es also schaffen, mit meinem Deck hier ein schönes Verhältnis zu erwirtschaften. Ich will erst die Maschinerie in Gang bringen, indem ich sie mit Geld und tollen Aktionskarten anwerfe. Und wenn diese Maschinerie dann läuft, dann möchte ich im richtigen Moment auf den Kauf von den Siegpunktkarten umschwenken und dann das Spiel aber auch so schnell wie möglich beenden, damit diese Karten gar nicht mehr die Zeit finden, mich zu stören. Hier mal beispielhaft so eine Auslage, wie sie jetzt bei Dominion in der ersten Partie aussehen könnte. Das Besondere ist, man spielt eben immer nur mit 10 der 25 im Basisspiel vorhandenen Arten von Königreich-Karten. Das ist jetzt die erste Auslage, die von der Anleitung empfohlen wird. Es gibt da mehrere vorgeschlagene Setups. Aber natürlich kann man diese Königreich-Karten auch beliebig kombinieren und mit einer zufälligen Auswahl aus 10 von 25 Königreich-Karten hier im Basisspiel schon spielen. Außerdem gibt es drei Geldarten, einmal Kupfer im Wert von 1 mit den Kosten 0, einmal Silber im Wert von 2 mit den Kosten 3, einmal Gold im Wert von 3 mit den Kosten 6. Dann hier die drei Arten-Punkte-Karten aus dem Basisspiel von Dominion, um die es sich letztendlich eigentlich dreht. Das sind die Punkte, die am Ende spielentscheidend sind. Und gerade diese Provinzen will man natürlich haben, weil man da mit einer Karte stolz 6 Siegpunkte in sein Deck einbaut. Ja, das heißt, der ganze Aufwand, das ganze Tohuwobohu, was wir hier betreiben mit Geldkarten, die wir besorgen und tollen Aktionskarten, soll uns eigentlich dabei helfen, möglichst schnell und effizient an diese wertvollen Punktekarten ranzukommen. Es gibt hier Anwesen, die sind läpprische 1-Punkte-Werte, hatten wir ja bei Spielbeginn schon 3 auf der Hand, kosten 2 Geld. Wer sie wirklich kaufen will, Herzogtum, 3 Siegpunkte wert, kostet 5 Geld. Und eben die Provinzen 6 Siegpunkte wert, kosten aber auch satte 8 Geld. Jeder Spieler beginnt mit einem identischen Kartensatz aus 7 Kupfer und 3 Anwesen. Der wird dann gemischt und als privater Nachsiegstapel vor sich abgelegt. Von dem Stapel zieht man jetzt 5 Karten verdeckt auf die Hand. Ich lege die jetzt nur hier hin, damit man es besser sieht. Und ich hätte zu meinem ersten Zug hier 3 Kupfer und 2 Anwesen gezogen. Ein Zug besteht jetzt daraus, ich habe in meinem Zug immer eine Aktion. Ich könnte also eine dieser Königreich-Aktionskarten spielen. Ich besitze aber noch keine. Das Spiel hat erst angefangen. Ich habe mir ja noch gar nichts gekauft. Ich habe also noch keine Aktion-Karte, kann damit auch keine Aktion spielen. Dann habe ich automatisch auch immer einen Kauf. Und ich kann mir jetzt eben für mein ganzes Geld einen Kauf tätigen. Ich habe hier 3 Kupfer. Ich kann mir jetzt was für 3 kaufen. Das wären hier entweder diese Königreich-Karten, die 3 kosten. Oder auch neues Geld. Das muss ich mir auch kaufen. Hier eben ein Silber. Kostet wie gesagt 3 Geld. Das kann einen jetzt erstmal irritieren. Wieso ist das teurer als das, was es mir dann einbringt? Ja, ganz einfach dadurch, dass man diese Ressourcen, dieses Geld, das ich benutze, das muss ich jetzt nicht wirklich abgeben. Also nehmen wir mal an, ich kaufe mir jetzt ein Silber für die 3 Geld. Das Silber kommt hier einfach auf den Ablagestapel. Das kann ich nicht gleich benutzen. Und diese 3 Kupfer, die kommen jetzt nicht etwa zurück auf den Kupferstapel, sondern auch die kommen auf meinen Ablagestapel. Also alles, was in meinem Deck ist, wird hier wieder und wieder zirkulieren. Ich werde also auch diese 3 Kupfer, die ich jetzt zum Kauf für das Silber verwendet habe, wieder später in meinem Spielverlauf benutzen können. Und ich habe jetzt einfach 2 Geld extra bekommen. Dann habe ich hier noch 2 Anwesen, mit denen kann ich eigentlich gar nichts machen. Das sind zwar Punktekarten, die mir bei Spielende Punkte bringen, aber ja, jetzt während des Spiels habe ich davon weder eine Aktion noch irgendeinen anderen Effekt, auch kein Geld. Die sind eigentlich, ja blockieren sie nur meine Hand. Das bedeutet, ich habe mir mal im ersten Zug ein Silber gekauft, jetzt sind die anderen Spieler dran. Ich ziehe wieder 5 Karten von meinem Nachziehstapel nach und habe in dem Fall jetzt 4 Kupfer und noch ein Anwesen gezogen. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe wieder die Aktionsphase. Ich habe immer noch keine Aktionskarte. Für diese 4 Kupfer könnte ich mir jetzt zum Beispiel eine Schmiede kaufen. Die kommt dann auf den Ablagestapel. Die 4 Kupfer, die ich dazu verwendet habe, wie gesagt auch. Für das Anwesen kann ich mir nichts kaufen. So, jetzt ist mein Nachziehstapel leer. Also im dritten Zug ist mein Nachziehstapel leer und mein Ablagestapel besteht jetzt aus 12 Karten. Die 10 Karten, mit denen ich das Spiel begonnen habe, plus die 2 Karten, die Schmiede und das Silber, das ich mir neu gekauft habe. Und all diese Karten zusammen werden jetzt neu gemischt und bilden meinen neuen Nachziehstapel. So, mit ein bisschen Glück ziehe ich jetzt in Runde 3 sozusagen auch meine neu gekauften Karten auf die Hand, da ist schon die Schmiede. Schauen wir mal, was noch kommt. Da ist das Silber. So, das sind jetzt die 5 Karten, die ich jetzt in Runde 3 gezogen habe. Jetzt kommt die Aktionsphase und diesmal habe ich endlich eine Aktionskarte. Ich spiele also die Schmiede. Da steht drauf, plus 3 Karten. Ich darf also nochmal 3 Karten nachziehen. Super, ich habe nochmal eine Menge Geld gezogen. Jetzt zählen wir mal mein Geld. Hier, 2, 3, 4, 5, 6. Es kommt wieder die Kaufphase. Ich habe nur einen Kauf. Also ich kann für diese 6 Geld jetzt nicht 2 verschiedene Karten kaufen. Dazu bräuchte ich einen Extra-Kauf. Aber ich kann mir für die 6 Geld, wie man sieht, schon zum Beispiel sowas Tolles wie ein Gold kaufen. Ja, das kommt dann auch auf meinen Ablagestapel. Das ganze benutzte Geld natürlich auch. Die benutzte Aktionskarte auch. Mit den 2 Anwesen kann ich nichts machen. So, und ab jetzt habe ich schon ein Gold, ein Silber und eine Schmiede in meinem Deck. Und so geht das ganze Spiel eben voran, bis entweder dieser Provinzstapel leer ist oder 3 beliebige Stapel leer sind. Und wer dann die meisten Siegpunkte in seinem Deck hat, der gewinnt. Hier liegen jetzt zwar 10 Königreich-Karten, aber schon im Grundspiel, wie man sieht, gibt es hier noch eine ganze Latte an weiteren Königreich-Karten. Es gibt verschiedene Vorschläge mit Kartenkonstellationen, mit denen man spielen soll, um auch erstmal verschiedene Taktiken zu lernen. Aber es sind da natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt und es ist durchaus erwünscht, dass man all diese Königreich-Karten, also natürlich mischt man dann nicht gesetzt, sondern es gibt hier jede einzelne Königreich-Karte dann eben nochmal extra in den Stapel zu mischen. Den Stapel kann man mischen, davon einfach 10 Königreich-Karten aufdecken, die 10 raussuchen und mit den 10 wird dann gespielt. Und so ist wirklich sichergestellt, dass wenn alle Spieler mal mit diesem Mechanismus vertraut sind, keine Partie Dominion der anderen gleicht, weil einfach immer eine andere Konstellation von Karten da ausliegt. Und das ist einfach der langfristige Reiz an dieser ganzen Sache. Es ist jetzt nicht so, ah hier, toll, ich habe ein perfektes System gefunden, ich kaufe mir hier immer diese Schmieden und dann so eine bestimmte Anzahl Dorf und dann das und dann läuft es wie ein Schweizer Uhrwerk. Nee, man muss hier wirklich in fast jeder Partie eben aufs Neue gucken, was für Taktiken sind anhand der Königreich-Karten möglich und wie kann ich jetzt anhand dieser Karten am schnellsten mein Ziel erreichen, also die Provinzen leer kaufen oder manchmal gibt es auch wirklich nochmal Königreich-Karten, die diese üblichen Regeln wirklich massiv außer Kraft setzen und plötzlich will ich doch Herzogtümer haben, weil ich einen Herzog habe, der das nochmal mit extra Punkten belohnt. Oder ich kaufe plötzlich doch Anwesen und ganz viel billige Karten, weil ich ein möglichst dickes Deck haben will, weil das wieder mit Punkten belohnt wird. Also da ist wirklich alles nur Denkbare irgendwie möglich. Hier im Basisspiel geht es noch relativ überschaubar und angenehm los. Jetzt stelle ich mal noch alle Königreich-Karten aus dem Dominion-Basisspiel kurz vor. Hier die Karten mit Kosten von zwei. Einmal den Burggraben, der ist eine Aktions-Reaktionskarte und hilft einem gegen Angriffskarten. Wenn ich den normalerweise spiele, kann ich einfach zwei Karten nachziehen, aber wenn ein Mitspieler eine Angriffskarte ausspielt, während ich gar nicht an der Reihe bin, dann darf ich diese Karte aus meiner Hand aufdecken, falls ich sie gerade auf der Hand habe und der Angriff hat dann keine Wirkung auf mich. Also ein starker, starker Konter gegen ungeliebte Angriffe. Mit dem Keller kriege ich einfach plus eine Aktion, lege dann eine beliebige Anzahl Karten aus meiner Hand ab und für jede abgelegte Karte ziehe ich dann eine neue Karte nach. Gerade wenn man eben viele Punktekarten und so auf die Hand zieht, die man gar nicht auf der Hand haben will, da hilft ein Keller dabei, die Kartenhand zu verbessern. Die Kapelle ist auch eine sehr interessante Karte. Da heißt es, entsorge bis zu vier Karten aus deiner Hand und mit entsorgen ist wirklich gemeint, dass diese Karten dann auf den Müll kommen. Die sind aus dem Spiel. Da lassen sich natürlich interessante Taktiken ausprobieren. Ich kann, nachdem ich mir ein paar Silber und so gekauft habe, mein ganzes Kupfer, meine ganzen Anwesen und alles entsorgen und mein Deck so wirklich bereinigen und veredeln, dass ich einfach gar keine schlechten Karten da drin mehr finde. Hier die Königreich Karten mit den Kosten von drei. Einmal der Kanzler, der einem, wenn man ihn ausspielt, plus zwei virtuelle Geld generiert in dem Zug. Also man bekommt da jetzt kein Silber oder sowas auf die Hand, sondern der generiert einfach virtuelle Geld. Dieses Plus-X-Geld ist etwas, was man hier in Dominion oft treffen wird. Und außerdem heißt es unten noch, du darfst sofort deinen kompletten Nachziehstapel auf dein Ablagestapel legen. Man kommt also schneller an bereits gekaufte Königreich-Karten ran. Dann das Dorf plus eine Karte, also eine Karte nachziehen, plus zwei Aktionen, ja eine wichtige Karte, solche Aktionsgeber, um überhaupt irgendwelche Ketten und Kombis von Aktionskarten aufbauen zu können. Weil ansonsten muss man ja beschränkt auf eine Aktion pro Zug. Mit dem Holzfäller kriege ich einen Plus-Kauf und auch plus zwei virtuelle Geld. Der Plus-Kauf ermöglicht es mir jetzt halt mehr als eine Karte in dem Zug zu kaufen. Mit einem Plus-Kauf kann ich dann schon zwei Karten pro Zug kaufen, weil einen Kauf hat man ja standardmäßig immer. Wenn man die Werkstatt ausspielt, dann nimmt man sich eine Karte vom Vorrat, die bis zu vier kostet. Königreich-Karten mit den Kosten von vier gibt es hier jede Menge im Basisspiel. Da sind auch einige Angriffe mit dabei. Fangen wir mal an mit der Miliz. Man kriegt plus zwei virtuelle Geld und jeder Mitspieler muss Karten ablegen, bis er nur noch drei Karten auf der Hand hat. Hilft natürlich ein Burggraben dagegen, ansonsten hier im Basisspiel nicht viel. Der Spion, man darf eine Karte nachziehen, hat noch eine Aktion und alle Spieler, auch man selber, decken die oberste Karte des Nachziehstapels auf. Und ja, du entscheidest, wer seine Karte ablegen und wer sie wieder auf seinen Nachziehstapel zurücklegen muss. Ganz klar, schlechte Karten zurücklegen, gute Karten ablegen. Mit dem Dieb versucht man Geld zu klauen. Jeder Mitspieler deckt die obersten zwei Karten seines Nachziehstapels auf und wenn da eine oder mehrere Geldkarten dabei sind, dann muss jeder davon nach deiner Wahl eine entsorgen und du dürftest auch eine beliebige Anzahl der entsorgten Karten nehmen. Nehmen heißt einfach auf den eigenen Ablagestapel legen. Also der Dieb klaut ganz einfach Geld und da könnte natürlich, wenn man es geschickt macht, auch Gold dabei sein. Der Bürokrat ist auch ein Angriff. Man nimmt ein Silber vom Vorrat und legt es verdeckt auf den eigenen Nachziehstapel, bekommt es also gleich im nächsten Zug dann auf die Hand und jeder Mitspieler muss eine beliebige Punktekarte aus seiner Hand aufdecken und sie zurück auf seinen Nachziehstapel legen. Ja, wer keine Punktekarte hat, zeigt seine Kartenhand vor. Damit macht man natürlich die Spieler langsamer. Die haben sich gerade schon geärgert, eine Punktekarte auf der Hand zu haben und durch den Bürokraten kriegen sie die gleiche Punktekarte in der nächsten Runde wieder auf die Hand. Der Umbau ist auch schon etwas spezieller. Da entsorgt man eine beliebige Karte aus seiner Hand und nimmt sich dafür eine Karte vom Vorrat, die bis zu zwei mehr kostet als die entsorgte Karte. Also ich kann mit einem Umbau zum Beispiel einen Spion entsorgen, der vier kostet, mir dann eine Karte für sechs nehmen und kann dann zum Beispiel aus dem Spion ein Gold machen und später mit dem Umbau könnte ich dann aus dem Gold, das ja sechs wert ist, plus zwei eine Provinz machen. Also schon auch eine ganz lustige Taktik. Mit diesem Umbau ist viel möglich. Mit der Schmiede ziehe ich ganz einfach drei Karten nach. Beim Festmahl entsorge ich diese Karte und nehme eine Karte vom Vorrat, die höchstens fünf kostet. Ich komme halt einmalig günstiger an eine Fünferkarte ran, aber danach ist das Festmahl eben auch verschwunden. Und mit dem Drohensaal, da wähle ich eine beliebige Aktionskarte aus meiner Hand und spiele diese Karte dann zweimal aus. Also zum Beispiel Drohensaal Schmiede, dann dürfte ich sechs Karten statt drei Karten nachziehen. Und dann gibt es hier noch den Geldverleiher. Da entsorge ich eine Kupferkarte aus meiner Hand und wenn ich das tue, kriege ich plus drei virtuelle Geld. Also das ist dann plötzlich Kupfer zusammen mit einem Geldverleiher. Kann dann wieder sehr wertvoll sein. Jetzt kommen wir langsam zu den richtig teuren Aktionskarten. Aktionskarten, die fünf kosten. Da gibt es einmal die Mine. Man entsorgt eine beliebige Geldkarte aus seiner Hand und nimmt dafür eine Geldkarte vom Vorrat, die bis zu drei mehr kostet. Und diese neue Geldkarte bekommt man auch sofort auf die Hand. Bei der Ratsversammlung darf man vier Karten nachziehen und hat einen extra Kauf. Allerdings darf jeder Mitspieler auch sofort eine Karte nachziehen. Bei der Hexe, ein starker Angriff, darf man zwei Karten nachziehen und jeder Mitspieler muss sich eine Fluchkarte nehmen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber diese Fluchkarten sind wirklich das Schlimmste, was es gibt. Die sind nämlich minus ein Siegpunktwert bei Spielende und blockieren natürlich auch, wenn man viele davon hat, dann müllen die einem sein Deck zu. Da muss man wirklich gucken, dass man irgendeine Art Möglichkeit findet, die auch wieder zu entsorgen. Dann gibt es hier die Bibliothek. Man zieht so lange Karten vom Nachziehstapel, bis man insgesamt sieben Karten auf der Hand hat. Aktionskarten, die man zieht, darf man dabei zur Seite legen. Sobald man sieben Karten auf der Hand hat, legt man die zur Seite gelegten Karten ab. Also mit der Bibliothek kommt man auch ganz schön an Geld ran, wenn man es gut anstellt. Das Laboratorium, da darf man einfach zwei Karten nachziehen und hat noch eine Aktion. Beim Markt zieht man eine Karte nach, hat plus eine Aktion, plus ein Kauf und plus ein virtuelles Geld. Da gibt es so von allem ein bisschen. Beim Jahrmarkt hat man plus zwei Aktionen, plus einen Kauf und plus zwei virtuelle Geld. Die teuerste Aktionskarte im Basisspiel von Dominion ist der Abenteurer. Da heißt, decke so lange Karten vom Nachziehstapel auf, bis du zwei Geldkarten aufgedeckt hast. Nimm diese auf die Hand und lege die anderen aufgedeckten Karten ab. Ja, der lohnt sich wirklich erst dann, wenn man ein sehr wertvolles und auf Gold und Silber bereinigtes Deck hat. Wenn man wirklich davon ausgeht, dass natürlich diese zwei Karten, die man da aufdeckt, sich dann auch bezahlt machen. Weil er kostet mit sechs natürlich genauso viel wie ein Gold. Dann gibt es noch die Gärten. Eine, ja, auch eine Punktekarte eigentlich. Kosten vier Geld und haben einen sehr speziellen Effekt. Und zwar sind sie ein Siegpunkt wert für je zehn Karten abgerundet im eigenen Kartensatz bei Spielende. Das bedeutet, da lohnt sich dann plötzlich doch eine Strategie, wo man ein wahnsinnig dickes Deck haben will, mit möglichst vielen Karten, vielen Gärten und das am besten innerhalb kürzester Zeit. Wie gut gefällt mir Dominion? Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Dominion ist wie King of Tokyo tatsächlich mit Abstand eins der meistgespieltesten Spiele in meiner privaten Spielerunde. Es ist eins der Spiele, das bei mir auch nochmal diese Brettspiellust auf ein neues Level katapultiert hat. Ich habe damals eben 2009 Dominion geschenkt bekommen. Wir hatten damals schon unsere Spielerunde, haben auch da schon aktiv gespielt. Dann kam irgendwann als Geschenk von einem Mitglied aus der Spielerunde Dominion. Und ja, das stand dann tatsächlich noch eine Weile rum, bis wir das erste Mal gespielt hatten. Ich glaube, weil wir noch anderes Zeug zu spielen hatten, es stand dann da noch sechs Monate ungespielt rum. Dann haben wir das allererste Mal Dominion gespielt und es war um uns alle geschehen. Wir haben dann von Freitag bis Sonntag nichts anderes mehr gemacht. Wir haben monatelang nichts anderes mehr gemacht, als Dominion rauf und runter gespielt. Dominion ist in meinen Augen wirklich ein ganz fantastisches, großartiges Spiel. Es hat bis heute für mich wenig von seinem Spielreiz verloren. Natürlich, klar, man hat jetzt so viele Karten und so viele Sachen schon gesehen und es ist jetzt nicht mehr wie früher, wo man bis 4 Uhr morgens Dominion durchgespielt hat. Trotzdem kommt Dominion bei uns wirklich immer noch häufig auf den Tisch. Vor allem jetzt, wo Häuptling wilde Hinbeere angefangen hat, das Spiel zu entdecken. Jetzt haben wir mit ihm nochmal angefangen, alle Sets einzeln durchzugehen, damit er alle Karten und Mechanismen auch kennenlernt. Und es macht irrsinnig viel Spaß und Dominion hat sich damit auch bei Häuptlingen wilde Hinbeere auf Anhieb in seine Top 10 der Lieblingsspiele katapultiert. Also sieht man auch, ja, einige Jahre nach diesem Spiel des Jahres, Stempel hat das Spiel noch nichts an seiner Zugkraft verloren. Dominion hat seine Wurzeln natürlich in den Trading Card Games und die Mutter aller Trading Card Games ist Magic the Gathering. Also auch Donald X Vaccarino hat mit Sicherheit Magic gespielt und hat eben auch in einer bestimmten Form von diesen Magic Turnieren dann die Idee aus Dominion gewonnen, so heißt es. Es gibt ja eine Turnierart in Magic, wo man eben doch nicht mit einem fertigen Deck schon ans Spiel kommt, sondern wo dann die Booster erst, also man sitzt irgendwie im Kreis, dann werden die Booster aufgerissen und dann werden diese Booster so gedraftet, der Reihe nach im Kreis hier rumgegeben und die Spieler bauen sich quasi aus diesen Boostern ihr Deck und dann spielen sie gleich damit. Und das ist ja im Prinzip das, was Dominion auch tut. Es ist eben kein Deckbauspiel, wo man jetzt zu Hause sich irgendwie stundenlang irgendwie beschäftigen muss und sein Deck zusammenstellt und mit diesem Deck dann zum Spieleabend kommt, sondern nein, Dominion macht ja quasi, hat den Deckbau selbst zum Spielprinzip gemacht und damit hat es natürlich seine Einstiegshürde verloren. Also Dominion ist halt ein Deckbauspiel, das kann ich auch einem Nichtspieler beibringen und ihn damit mit der Brettspielleidenschaft für alle Zeiten infizieren und anstecken. Ist für mich eben deswegen auch ein ganz tolles Door-Opener-Spiel, also jemand, der wirklich Bock hat, sich irgendwie auch natürlich kurz die Regeln anhört und sich dann mit euch auf eine Nacht Dominion einlässt. Um den ist es in der Regel geschehen. So habe ich auch einige meiner Freunde zu Brettspielern gemacht. Ja und in meiner Zivi-Zeit, da habe ich früher dann auch Magic the Gathering gespielt. Das waren meine ersten Kontakte mit Magic. Da hatten wir als Zivi immer ein Deck in unserer Krankenhausjacke dabei und wenn wir uns dann irgendwo in der Mittagspause oder im Treppenhaus in einem anderen Zivi getroffen hat, dann hat man die Magic-Decks ausgepackt und dann eine schnelle Partie absolviert. Das waren meine ersten Kontakte mit Magic. Das war eine tolle Zeit. Danach habe ich das dann lange aus den Augen verloren und ja, mit Dominion kam halt dieses Spielgefühl, dieses Prinzip irgendwie wieder zurück und jetzt halt in einer kompakten Form, wo man keine Booster-Packs mehr kaufen muss, wo man nicht auf irgendwelche rare, legendary Karten wartet, sondern ja, wo ich mir halt eine Box kaufe. Da sind immer genau die Karten eben drin. Ich kann mit denen spielen, wenn mir dann irgendwann langweilig wird, kaufe ich eine von den zahlreichen, zahlreich erschienenen Erweiterungen und habe dann eben noch mehr Karten, mit denen ich spielen kann. Man spielt ja immer nur mit einem Satz von 10 Arten von Königreich-Karten. Selbst hier im Basisspiel von Dominion sind schon 25 verschiedene Königreich-Karten mit dabei. Also auch allein da gibt es schon unzählige Kombinationen an Karten. Bis man da wirklich jede Königreich-Karten-Auslage gespielt hat, vergeht einiges an Zeit. Und dann, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, gibt es wirklich sehr, sehr viele Erweiterungen von Dominion, die diesen Königreich-Kartensatz dann ins Unermessliche aufstocken. Und dann hat man wirklich irgendwann halt die Auswahl aus mehreren hundert Königreich-Karten. Und man spielt trotzdem in jeder Partie natürlich nur mit 10 Stück. Das bedeutet, da vergehen dann manchmal wirklich allein 20 Partien, bis man irgendeine bestimmte Kartenart mal wieder zu Gesicht bekommt. Das heißt, in Sachen Langzeit-Motivation, vor allem mit Erweiterungen, ja, da macht Dominion so schnell kein anderes Spiel was vor. Auch dieses wirklich gelungene Siegpunkte-Prinzip, also dass ich diese Siegpunkte halt auch als Karten kaufe und in mein Deck einfüge. Aber diese Siegpunkt-Karten, mit denen kann ich überhaupt nichts anderes machen. Das heißt, während des Spiels blockieren die mich. Und wenn ich zu viele schlechte Siegpunkt-Karten in meinem Deck habe, dann machen die mein Deck sehr langsam und dann verliere ich hinten raus plötzlich noch. Und eben diesen Moment zu finden, wann schwenke ich jetzt um vom Deckbau auf den Siegpunkte-Kauf, ist einer der kniffligen und reizvollen Aspekte in Dominion. Da gibt es natürlich unzählige verschiedene Taktiken. Das hängt damit an, was für Karten, was für Königreich-Karten da liegen. Spiele ich auf ein kleines, dünnes, schmales Deck, weil es Entsorger gibt und ich meinen ganzen Müll und meinen Kupfer und meine Anwesen loswerden will oder habe ich irgendeine Gärtenstrategie, wo ich plötzlich darauf ausgelegt bin, ein gigantisch großes Deck zu haben und das in kürzester Zeit mit Pluskäufen und sonst der Geier was, versuche ich da mein Ziel umzusetzen. Also es gibt wirklich einfach je nach Auslage der Königreich-Karten wirklich immer eine Vielzahl an Möglichkeiten, dieses Spielziel zu erreichen und das ist natürlich eine weitere Stärke von Dominion. Also ihr hört es schon raus, Dominion ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und es ist es auch bis heute geblieben. Ich glaube, ohne Dominion wäre unsere Brettspielgruppe auch gar nicht so eine enthusiastische Brettspielgruppe geworden, wie sie heute ist und vielleicht würde es ja ohne diese Leidenschaft für Dominion auch Hunter & Cron gar nicht geben, wer weiß. Ja, also wer Dominion wirklich immer noch gar nicht kennt und vielleicht noch nie ein Deckbauspiel gespielt hat, der sollte das jetzt wirklich unbedingt mal probespielen. Ich finde es wirklich ein ganz fantastisches Spiel, das man meiner Meinung nach einfach mal gespielt haben sollte und dann wird man schon schnell feststellen, ob einem das anspricht, ob man sich von diesem Sog anstecken lässt oder ob das Deckbau oder das Dominion-Spielen halt nichts für einen ist. Ich hoffe, die Spielvorstellung hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was von meiner Begeisterung über Dominion auf euch übertragen und ja, würde mich interessieren, seid ihr Dominion-Spieler oder nicht, was sind eure liebsten Dominion-Erweiterungen oder ja, seid ihr gar keine Deckbau-Dominion-Spieler, spielt ihr vielleicht, wenn ganz andere Deckbauspiele, wie Thunderstorm oder sonst irgendwelche Vertreter, die natürlich, ja, ihre Wurzeln irgendwie alle in Dominion haben. Ich freue mich wie immer über Kommentare, über den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns spätestens bei den nächsten Spielvorstellungen, beim nächsten Let's Play Review oder sonst wie. Bis dahin, macht's gut, tschüss!